So, Türchen Nummer 10 geht auf und wir haben dahinter versteckt. Santa Claus in Trouble von CDB Entertainment für Windows Computer. Ja, ein Gratisspiel in der Firma als Dankeschön. Ich finde das schön, von 2002 ist das übrigens. Das würde man heute nicht mehr sehen, man überlegt mal. EA oder Ubisoft, ein Gratisspiel. Ja, von wegen, von wegen. So, und hier heißt euch der Stardust 33 willkommen zum nächsten Let's Play, Weihnachts Let's Play, muss ich eher sagen, von diesem Dezember. Ja, okay, und ihr seht, wir spielen heute Santa Claus in Trouble von CDB Entertainment am 19. November 2002 herausgekommen als Geschenk sozusagen an alle Kunden und Freunde der Firma. Yamas CDB Software Entertainment AG ist heute noch beiseite zu kriegen, nur irgendwas ist mit der Steuerung nicht ganz richtig, deswegen spielen wir das heute mit der Maus. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen auf ein neues Spiel und dann würde ich sagen, werde ich euch jetzt erstmal jemanden begrüßen. Wir sind nämlich nicht allein, auch wenn man das jetzt kurz meinen könnte durch das Intro. Nein, wir haben heute mal wieder unseren Kamiru dabei, deswegen Servus dir und schön, dass du da bist. Das ist Nils, ja, hi. Kein Ding. So, na, hast du gut hergefunden. Ja. Wie geht's hier? Ja, komm, mir geht's immer gut. Und selbst wenn es mir nicht gut geht, sag ich, da gebe ich das hier nicht zu. Niemals, mir geht's immer gut. Bösartigkeit kann auch gut sein, ach egal. Und dir, hast du, wie gesagt, alles gut bei dir? Ja, wir haben heute Narwett geschrieben, aber die ging auch eigentlich relativ gut. Und von daher, jetzt schreiben wir eh nichts mehr, deswegen, ich kann ein bisschen Chile hin und mit dir aufnehmen. Ah, wunderbar. Ja, so muss das doch manchmal sein, gell? Ja. Ja, ist ja schon ein klein bisschen her, das wir jetzt aufgenommen haben. Nicht zu lang, ich glaube, das war Oktober, November. Aber ein klein bisschen ist es her, wir hatten es ja eigentlich ein bisschen mehr geplant. Aber ist ja egal. Ja, so, wir hatten ja vor uns das Spiel kurz mal angeguckt, dass du das auch mal kurz siehst, davor. Kurz angeguckt, du siehst aber gerade was, oder? Ups. Ja. Wunderbar. Wie du runterfällst, alles klar. Ja. So, Drosken, weil du hast das Spiel auch schon mal gespielt früher. Ja, habe ich, als du es auch gemacht hast, direkt im Titelbildschirm habe ich es nicht direkt gesehen, aber als du es dann ein bisschen angespielt hast, dann dachte ich so, warte, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, aber ich kenne das auch noch von früher, ich glaube, da war ich, oh Gott, wie alt war ich denn? Das war auf irgendeiner Computerbildspiele. Das war ich nicht, ich glaube 2003 oder so. Oh, no, 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 no. Auf jeden Fall habe ich es gespielt, als ich klein war. Also ich kann mich noch daran erinnern. Ein kurzer Anmerkung für die Zuschauer, es ist verdammt scheiße mit der Maus zu spielen, aber mein Gamepad geht nicht, wenn ich hier mit der Tastatur mal keine hoch und runter wäre, es geht die Störungen, die da drinstehen, gehen nicht, mein Gamepad funktioniert nicht. Ich drücke jeden Knopf, er bewegt sich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Kompatibilitätsmodus liegt oder woran das liegt, aber auf jeden Fall, wir müssen mit der Maus spielen. And this sucks. Aber gut, kriegen wir hin, ich will nämlich dieses CDB-Zeichen da hinten haben. Nein! Oh, weiterspielen, egal, nochmal von vorn. Ah, ja. So, und bist da eigentlich auch schon so ein bisschen in der Weihnachtsstimmung? Ja, auf jeden Fall. Also, mein Geschenk liegt ja hier schon neben mir, aber ich packe es an Weihnachten aus. Ah, wie kann man sich so diszipliniert verhalten, wenn mein Geschenk neben mir lag. Holy Crap, ich würde es sowas von aufreißen, es lieben, dann sagen, Geschenk, welches Geschenk? Ich habe keins gesehen und hoffe, dass ich noch ein zweites kriege. Aber abgesehen jetzt mal von meiner endlosen und maßlosen Gier, meine Güte. Ja, ich muss mich ein bisschen beherrschen, denn ich habe zwei Geschwister und die, wenn ich das jetzt aufmache und dann auf einmal an Heiligabend kein Geschenk habe, dann wird es ein bisschen kritisch, ne? Stimmt, dann merken die eher, der hat schon aufmacht, das darf ich auch und dann hast du die Kacke am Dampfen, so? Ja, genau so. Ja, gut, da muss man immer aufpassen, ich war immer so ein Tunischgut, ich habe meine Geschenke teilweise schon auch vom Geburtstag schon ein paar Tage vorher gekriegt, da war ja noch sechs Jahre. Was war da ganz neu? Varioland, das Mario 3, also Varioland von Gameboy, aber es war ja brandneu. Und ich wollte es unbedingt haben und ich wusste es, meine Mutter hat es geholt, ich wusste es und ich habe die so lange bearbeitet, bis es mir dann zwei Tage vorher gegeben hat. Dann habe ich es gezockt, dann hat es es wieder eingepackt, weil mein Vater das nicht mitkriegt hat und dann habe ich ein neues Spiel, yeah, ich habe es nur noch gezockt. So kann man es auch machen. Ich habe geschaut, ob es verschleißt ist, aber, oder ob es nur halt so in die Tüte eingepackt ist, das Mikro. Achso, ja, um zu sagen, ja, mein Geschenk ist ein Mikro. Ich habe geschaut, ob es verschleißt ist, aber tatsächlich ist es verschleißt, deswegen habe ich es noch drin gelassen. Ah, und weißt du warum, wofür wir uns diesen ganzen Stress jetzt gemacht haben? Für einen One-Up. Was ist? Ich habe es gerade nicht gehört. Wir haben drei Leben etwa verloren für einen One-Up. Achso. Egal, das war es absolut wert. Ah, ja, da werden schon Erinnerungen waren ein bisschen, ob diese ganzen Geschichten oder wo... Oh, ja. Das beste Weihnachten ever, 1997. Das weiß ich noch. Was war da? Ich habe an nichts gedacht. Ich habe so gedacht, oh, cool, ein größeres Geschenk. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit dem damals brandneuen N64. Ich habe als Kind geheult vor Freude. Das weiß ich noch. Das war echt, Bruder, weil, oh, geil, N64, wollt unbedingt haben, aber abwusst, ey, das ist teuer. Das kriegst du wahrscheinlich barm am Weihnachten gekriegt. Holy shit. Das ist was Schönes. Ah ja, komm, als Kind bist du überglücklich, wenn du dann echt mit vielem rechnest, so mit dem Gameboy-Spiel oder so oder zwei. Den Gameboy-Pocket hatte ich ja davor noch. Und plötzlich kommt da ein Riesenteil, ein wunderschönes N64, der nächste Jahr. Und nicht vergessen, das war damals brandneu, das hat noch, glaube ich, 400 Mark oder sowas gekostet. War aber, glaube ich, das teuerste Geschenk, was ich hier hatte, aber ey, mir reicht das. Na, und wenn du jetzt bedenkst, was heute für Geschenke kommen? Oh Gott, ne, würde man mir ein iPhone reinschenken, würde ich sagen, verkauf's, gib mal 100 Euro und der Rest behältst. iPhones, iPads, PS4, neuer Fernseher. Ja, aber ich finde, das sind sowieso keine Geschenke für Kinder. Ich meine, gut, klar, wie gesagt, ich habe auch meinen N64 gekriegt und ich sage, wenn du einmal deinem Kind echt sowas schenkst, ich meine, gut, dann ist es auch glücklich, das ist auch okay, finde ich. Aber, äh, aber jetzt den iPhone und sowas, und dann darfst du ja auf Twitter noch so lesen, äh, meine Eltern sind scheiße, die haben mir nur ein iPhone in weiß geschenkt, die wollen mir einfach ein Schwarz, und dann denke ich mir doch, holy shit, ihr kleinen Bastarde. So ungelogen. Weißt du, da denke ich mir, wie abartig kirchig muss man sein? Ja, ich weiß, das, die sind alle verwöhnt, das ist durch. Ja, aber übelst, hallo, hätte ich damals, wie gesagt, ich heute sowas geschenkriege, würde sagen, Mutti, Vati, danke euch, wir vergauen, ihr bringt es zurück, schenkt mir 100 Euro und ich bin zufrieden. Aber was soll ich mit so einem überteueren Teil? Um Gottes Willen, da hätte ich ja ein ultra schlechtes Gewissen. Äh, aber gut, naja. Und deine Weihnachten, wie sind die euch, du hast da auch so irgendwie so eine spezielle Szene noch im Kopf, die dir vielleicht so hängen gibt. Boah, also ich weiß, jedes Weihnachten gibt es immer polnisches Essen. Oh, lecker. Ganz speziell, ey, so krass. Wir haben, ey, man ruft dann hoffentlich gleich, Schwester rein. Was ist das genau für das? Was ist? Ich hab mal kurz dazwischen gefragt, was genau ist das für Essen? Ja, ich, 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 äh, ich komm jetzt drauf rein. Also, ähm, wir haben jetzt vor ein paar Tagen Barscht gegessen, das ist eine rote Beete-Suppe. Mhm. Und die schmeckt so geil. Und das gibt es auch traditionell dann immer zu Weihnachten. Mhm. Dann dazu gibt es, also wir essen kein Fleisch an Weihnachten, höchstens Fisch. Reicht auch, ja. Aber dafür, dafür gibt es so viel, da gibt es Pierocken. Das sind so Quarktaschen mit so Zwiebeln und so oben drauf und so. Quarktaschen? Reservier mir eine vor. Oh. Davon gibt es so zwei, drei Teller voll. Kriegst auch von mir einen Hasenbraten. Reservier. Ja. Dann gibt es noch Kroketten. Das sind so Fangkuchen. Ähm, die paniert werden und innen drin mit so einer Sauerkraut-Pilz-Erfüllung. Das schmeckt so geil. Uh, jetzt machst du mir Hunger, obwohl ich echt brechend satt bin. Das ist so geil. Oh, wie eine Rolle. Ja. Dann gibt es auch die rote Beete-Suppe, wie erwähnt. Ähm. Oh, was gibt es noch? Achso, so einen Eiersalat gibt es auch noch. So Eier-Kartoffeln-Salat. Der schmeckt auch mega geil. Oh, der Junge weiß, wie man einen Hunger macht, obwohl man schon satt ist. Das ist unglaublich. Ja, ich habe jetzt gerade mir, ups, ich habe mir jetzt gerade von Levercase noch gemacht und bin brechend satt, aber ey, wenn ich das höre, ah, lecker. Das Schlimme ist, meine Oma kommt auch noch an Weihnachten, das heißt, es wird doppelt so viel Essen geben als normal. Also, ich verkleide mich als dein ewig verschollener Urgroßvater und gut ist. Ich war denn auf der Insel gestrandet. Ich habe dort Deutsch gelernt. Warum du mir nicht glauben? Ah, das ist, Weihnachten ist schon was Beines. Oder ich bin ganz dreist klingelt dran. Guten Tag, ich bin gekommen, um mitzufressen. Oh, nee, das ist so, das hört sich echt so hervorragend an. Ja, wir machen es dann uns doch ein bisschen schlichter. Habe ich das Geschenk? Ja, wir machen uns ein guter Hasebrater, gutes Rotkraut dazu, noch ein paar Knödel, beziehungsweise für mich Spätzle, weil ich Knödel ja auf den Tod nicht abkann. Obwohl das jetzt nicht dringend ist. Ich sage ja meiner Mutter jedes Mal, sie muss das nicht zwingend machen. Aber gut, ihr macht es halt, ist okay. Und dazu dann halt eben natürlich noch so das übliche Zeug halt. Eigentlich gab es ja immer bei uns eine Ente, nur drei von vier haben die immer verschmäht. Naja gut, nee, zwei haben sie gegessen, zwei haben sie verschmäht. Das komische ist, ich bin ja gar nicht so schleckig, aber es gibt ein paar Dinge, die esse ich überhaupt nicht. Gerade was Fleisch angeht. Aber ich esse bei Fleisch fast alles eigentlich. Fast alles? Fast alles. Außer Lamm? Lamm, jetzt nicht so probiert, muss ich zugeben. Ich habe was herausgefunden. Ich habe einen Doppelsprung, guck mal. Das ist natürlich gut zu wissen, dass man auch einen Doppelsprung hat. Das könnte erklären, warum ich in manchen Stellen nicht hochgekommen bin. Holy Nutzeck. Ja, ich weiß halt nicht, wenn ihr halt überlegt. Ah, Weihnachten. Also auf jeden Fall gibt es immer gutes Essen. Ah, ja. Das ist immer schön. Ich glaube, das ist für mich persönlich, ehrlich, so mittlerweile das Schönste. Eigentlich das gute Essen. Ich liebe Essen. Ja, Geschenke natürlich immer schön, aber nein, ich halte lieber die Klappe, bevor das noch in der Familie jemand hört, die sieht dieses Video und dann sagt, okay, jetzt wir können an dir sparen heute. Du brauchst ja nichts. Du brauchst nur Essen. Keine Geschenke, heute gibt es nur noch Essen. Guck mal, keine Geschenke, da fällt selbst Santa auf die Fresse, das ist ganz klar. Weil wir den damit ja ein bisschen arbeitslos machen, wenn wir drüber nachdenken. Ja, aber ich werde euch auf jeden Fall den Download-Link zu dem Spiel mal nachher drunter legen, weil das Spiel ist, ich weiß nicht warum, es ist simpel, aber es macht irgendwie Spaß. Oder ich bin einfach nur verdammt nochmal ein Retro-Spieler, der einfach Retro liebt. Aber das ist so ein klassisches, kleines, ja, so 3D-Jump'n'Run, was eigentlich ganz nett ist. Es ist nichts Großes, aber es ist tausendmal besser als so manche AAA-Titles, die sie heute noch rausbringen. Ja, mal ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt, ich will da jetzt nicht zu arg als Hater aussehen, aber ich meine, ich bin eh nicht so der Fan von den neuesten Spielen. Und da sage ich auch ganz ehrlich, ich spiele lieber sowas als ein ultra-neues, was weiß ich nicht, Assassin's Creed oder wie sie heißen. Ja, ich bin auch nicht so ein großer Fan von den neuesten Spielen. Das einzige, die zwei, ich habe zwei Favoriten dieses Jahr. Ich weiß, Kommando Bimberle, Kommando Bimberle und was noch? Nein, nicht genau. Und zwar Star Wars Battlefront, weil ich die alten Teile auf der PS2 gespielt habe. Ach, da gibt es neue Teile? Ja, ganz neu, das sieht aus. Man nimmt Battlefield, die neuen Teile und Star Wars. Schmeißt sie alle in einen. Ja. Schmeißt sie in einen. Hallo? Irgendwie höre ich den Jungen gerade nicht mehr. Oh, Verbindung ist abgekackt. Ist bei ihm die Verbindung abgekackt oder bei mir? Ich hoffe jetzt nicht bei mir. Ah, jetzt hat's die Verbindung. Jo, Leute, wir hatten eine kleine technische Schwierigkeit, aber das ist egal. Ich habe euch so lange währenddessen mit meiner Frage, ist da jetzt die Internetleitung abgekackt? Ja gut, unterhalten. Also von daher wunderbar. Auf jeden Fall. Das Komische ist, ich habe das gehört, aber ich konnte halt nichts sagen. Beziehungsweise, ich habe was gesagt, was mich halt nicht gehört. Ja, ja, aber das ist nicht schlimm. Du warst gerade, also was ich noch drauf habe hier auf der Kamera, sagen wir mal besser, ist noch, also es ist wie wenn du Battlefield und dann war. Achso, wie wenn du Battlefield und Star Wars beide in einen Topf schmeißt und dann durchmischst und dann hast du halt das neue Star Wars Battlefront. Okay, also es ist auch ein FPS oder was? FPS und als Third Person kannst du spielen, also beides. Ups. Ach, okay, das kannst du so ein bisschen wie in Skyrim zum Beispiel. Du kannst da ja auch First Person spielen oder weil, wenn du es nicht magst, kannst du auch in Third Person rumrennen, was ich jetzt nicht so mag. Das sieht so geil aus. Und mein zweiter Favorit dieses Jahr ist das neue Need for Speed. Aha. Okay. Na gut, aber da gibt es auch schon X-Millionen-Versionen. Aber da gibt es dann auch wieder ein neues. Ja, aber die letzten Teile haben mich alle ein bisschen enttäuscht. Das war, das war so ein... Inwiefern? War das einfach nur so 0855-Gerenne oder was war das? Nein, das war so, so irgendwie... Ich denke, die haben sich alle so auf das Social Media Network-Ding alle so... Also es war zu Multiplayer-lastig. Ja, die... Es war so, dass man halt überall verbunden war. Und... Aber es ist ein bisschen schwer zu komplizieren. Und vor allem das Tuning gab es schon seit Most Wanted, dem neuen Most Wanted-Teil nicht mehr. Und deswegen, das war auch ein bisschen schade. Tuning? Ähm... Mit Anmerkung mal meinerseits, auch wenn ich kein Rennspieler, geschweige denn ein Need for Speed-Fan bin. Aber Anmerkung ein, Need for Speed ohne Tuning ist ein bisschen eine dämliche Idee, weil das den Spielspaß ein bisschen erweitert. Nur so, um es mal für die Firma ein bisschen anzumerken. Aber ey, es ist EA, ich meine was. Ja, aber jetzt in dem neuen Teil haben die... Ey, da gibt es so viele Tuning-Möglichkeiten, jetzt haben die alles... Alles vollgepackt. Also im Endeffekt, sie haben die Scheiße, die sie gebaut haben, jetzt ein bisschen korrigiert. Ja, kann man so sagen. Und das, das sieht so krank aus. Okay, ja, so für die Renn-Fans, wenn ihr es noch nicht wusstet, es gibt ein neues Need for Speed. Bei mir kriegt man nur noch News wie, es gibt einen neuen Mega-Man-Hack für das ultra neue Mega-Man 2. Während ihr hier beim Kamero hört die News von den neuesten Spielen. Nicht in seinen Videos, nur in meinen Videos, wenn er mal dabei ist, weil er nur... Ne, das hört sich so scheiße, nicht nur Musik, er macht halt Musik. Nur Musik. Nein, er macht Musik und ist kein News-Channel, so haben wir es. Jetzt habe ich das, was ich sagen wollte. Und wenn ihr Fails sehen wollt, dann könnt ihr hier weiter zugucken, weil ihr seht ja, ich fliege mal wieder auf die Fresse. Und schon wieder. Nein, also auf jeden Fall locker, also ein neues Star Wars Battlefront, weil ich kenne doch das Einser, glaube ich. Gott, das sind ja auch schon alt. Ja, ich hatte beides, das Einser und das Zwei auf der PS2. Holy Crap, war das noch PS2-Zeit, ja? Wahnsinn. Auf PS2. PS2 habe ich auch vor, meine alte PS2 zum Laufen zu bringen. Warum? Was läuft bei dir nicht? Äh, die läuft eigentlich, aber ich brauche halt einen Adapter für, um, für Videoübertragung, damit ich halt was sehe. Äh, scheiß auf die Geschenke, ja? Oder einen alten Fernseher von irgendwo. Ein CRT oder was? Ähm, mit Chinch-Steckern, also der mit Gelb-Weiß-Wort. Mit Chinch? Äh, das hat sogar mein neuer da, mein Orion, was sowieso ich, und der hat HDMI-Anschluss und so weiter. Und sonst holt ihr einen Adapter, also ich habe zum Beispiel einen Adapter, den kann ich dir vielleicht mal geben, weil ich brauche ihn gerade eh nicht, weil mein Live-Gamer kennt das eh nicht. Und zwar habe ich einen Adapter, da kannst du das Chinch-Stecker-Signal, kannst du in ein digitales HDMI-Signal umwandeln. Ja, genau so. Das tut der auf 1000, den kann man nämlich auf 1080p stretchen, ja, ich kann da ja, wenn man sich doch mal sieht oder so, kann ich ihn dir ja mal geben. Und dann kannst du mal ausprobieren erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Weil beim N64 geht's bloß, du kannst dir vorstellen, wie ein 1080p aussieht, wenn du das von 240p holst. Das sieht ein bisschen weird aus. Und da das Live-Gamer-Portable das auch nicht erkennen will, was ja auch blöd ist. Ja, genau so ein Adapter wollte ich mir dann auch holen, so von analog zu digital. Genau, das würde ich auf jeden Fall mal machen, aber wie gesagt, also ich kann's mir nur anbieten, probier's erstmal aus, bevor du irgendwas kaufst. Ja, funktionieren tut die PS2. Weil, ja, ich sag so, weil ich hab dir den Adapter auch geholt, weil ich gesagt hab, ey cool, jetzt kann ich ja mein N64-JUF nehmen, ja Pustekuchen. Ich mein, ich kann's trotzdem gut verwenden zum Zocken, dann passt's wenigstens ein bisschen auf meinen Bildschirm. Aber, trotzdem, also, wupp, ey, das ist ein Leben. Mann, guck mal, jetzt hab sogar ich ein Leben. Wuhu! Also, ja, und ein schlechter Selbstpaar und das später. Ja, ich werd hier wahrscheinlich einen kleinen Cut einfügen. Okay, schauen wir doch. Ah, wir haben schon wieder ein Skype-Problem. Holy shit, Skype, was ist mit dir los? Warum war ich jetzt wieder weg? Ich versteh die Scheiße nicht. Wahrscheinlich spackt um mein Internet, Hüter. Ah, Skype. Das ist meins, irgendwie, wir haben eh schon ein bisschen rute Probleme. Himmel, ich hab jetzt von WLAN, hab ich mir ein Ethernet-Kabel geholt. Ja, ja. Ein LAN-Kabel, damit ich's anschließen kann, damit ich, genau, um das vorzubeugen. Und trotzdem kackt's. Ja. Ah, das ist auch ein Scheiß manchmal. Ja, also, aber nicht schlimm, du warst nur ein paar Sekunden weg. Jetzt kannst du wieder mit uns, oh, pardon me, mit uns sprechen. Hallo. Hallo. Und, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gerade aufnehmen, aber ist ja egal. Ich hab ja keine spezielle Zeit vor. Aber, aber ich kann euch auf jeden Fall nur nochmal sagen, spielt dieses Spiel, ich geb dir nachher auch mal den Daumen und Link, spielt's auf jeden Fall mal wieder. Es ist awesome, auch wenn's mit der Maus sich grad nur controlen lässt, aber mit der Zeit schon. Vielleicht wird's bei mir dann funktionieren. Eben, weil, ey, das Spiel ist awesome. Es ist simpel, es ist lustig einfach und es hat Charme. Ich mein, für 2002, hallo, sieht das doch... Hast du dir bekommen, dann Kinderheitserinnerung auch noch hoch. Das und für 2002 sieht das doch ganz schmuck aus, eigentlich. Mhm. Also, da hab ich schon deutlich primitivere Spiele gesehen, 2002. Und dafür, dass das Spiel auch noch gratis ist, also komm, das ist ja... Seit 2002 gab's das ja gratis. Ich find das super. Ich find das schön, wenn dann einfach mal eine Firma hingeht und sagt, ey, Leute, wisst ihr was, kommt, ihr habt immer so brav unsere Spiele gekauft. Ich hab von CDV hab ich auch ein paar Spiele sogar noch rumliegen. Also, Breed hab ich auf jeden Fall rumliegen. Ich hab das irgendwie gemocht. Aber so ein paar Spiele auch rumliegen. Find ich das halt cool, wenn sie dann mal sagen, ey, kommt, Leute, ihr habt von uns ein bisschen gekauft. Jetzt dürft ihr auch mal, jetzt kriegt ihr auch mal was von uns geschenkt. Ich find, das hat was. Das ist was Schönes. Das könntest du... Das ist was Nettes. Das sowas könntest du halt ja gar nicht mal mehr fragen. Ich mein, ich sag nur EA, da muss ich mehr gar nicht sagen. Da wissen wir alle schon, da gibt's vielleicht ein paar Anbagger noch, aber mehr nicht. DLCs. Ja, doch, da kriegst du das DLC anstatt für 55 Euro nur für 54 Euro. Unser Weihnachtsgeschenk für dich. Spare einen Euro. Mit freundlichen Grüßen. EA. Echt. Arschig. Ja. Okay, der war schlecht. Aber egal, ich musste meine Meinung zum Ausdruck bringen. Ups. Cookstep Center hat eine Meinung zu EA. Er springt lieber in den Tod. Meine Güte. Ja, aber ich denke, weil... Ich möchte euch gleich noch eine Anmerkung geben, dass wir nach diesem Level dann erstmal stoppen für heute. Und dass unser Camero sicherlich dann auch mal wieder vorbeiguckt. Da bin ich mir ganz sicher sogar. Denn der nimmt gern mit mir auf. Und wenn er es nicht tut, dann tut er so, als ob er gern mit mir aufnimmt, damit ich hier dann jemanden zum Aufnehmen hab. Siehste. Und Sissi kommt auch immer gern mit. Das ist seine österreichische Prinzessin. Meine Katze. Katzenprinzessin. Ja, er hat sie sogar schon geheiratet. Ja, es gibt Menschen, die stehen halt auf Katzen. Die verurteilen die nicht dafür. Ich finde das nicht okay, wenn ihr ihn jetzt besser... Das sind fetische, okay. Man darf mich dafür nicht beurteilen. Eben, genau. Das wäre ja voll gemein, ja. Also, und dann würde ich sagen, war's das für heute mit Level 5, würde ich sagen. Ja. Ja, erstmal Dankeschön, dass du heute da warst. Hat mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir wieder. Hat mich auch sehr gefreut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, meine Freunde. Und bis dahin macht's gut. Und mit einem in den Totsprung würde ich sagen, euer Star, das war euer 33. Und euer...